Hallo Oliver. Hallo all diejenigen, die jetzt zusehen und Freunde der Literatur und Musik sind. Ein Rezitator in zwei Sätzen. Ein Rezitator ist jemand, der gerne spricht, der viel spricht und der viele fremde Texte rezitiert. Bei mir sind es vor allem die Gedichte. Inwiefern hat dich deine Zeit in Boston und Chicago geprägt? Diese Zeit liegt ja schon eine ganze Weile zurück. Vor 23 Jahren bin ich nach Deutschland wieder zurückgekommen. Ich war sieben Jahre im Ausland, in Chicago und Boston. Und diese Zeit hat mich sehr geprägt, sowohl musikalisch als auch literarisch, weil ich mich nach vier, fünf Jahren zurückgesehnt habe nach meiner Sprache und vor allem nach Gedichten. Wärst du dem Berufswunsch deiner Kindheit gefolgt, welchen Buch würdest du heute ausüben? Gitarrist. Bin ich. Und Rezitat. Welches Instrument wolltest du schon immer mal spielen können? Cello und Saxophon. Was bedeutet das Rheinland für dich? Alles. Tschüss Oliver. Ciao. 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 Ciao.